Willkommen zurück beim LS15 Wir stehen hier auf dem Feld 38 Oder er ist da neben dem Feld 38 Im Pionholm Und wir müssen uns noch fertig grubbern Also wir sind seit der letzten Folge dran Und das werden wir in dieser Folge auch abschließen Und da müssen wir mal schauen Was wir da noch machen können Jetzt müssen wir wie gesagt hier erstmal noch fertig grubbern Ansonsten können wir vielleicht noch säen hier Das wäre dann die nächste Aufgabe Ist ja nicht mehr ganz so viel jetzt hier Zu machen an dem Feld Zumindest was das Grubbern angeht Wir müssen mal gucken wie die Preise sich entwickelt haben Ja keine Unterschiede Ich will nämlich meine Tanks leer machen Und das natürlich für den besten möglichen Preis Aber jetzt sind wir schon fast halb elf hier Oh So Hat man uns für sie nicht lichtaussehen So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich gar nicht was für die unschönen trägerspuren drauf aber das war es mit wert ja ich würde tippen jetzt noch einmal runter und noch mal hoch dann müssen wir fertig sein ich würde mir mal wieder runter ich würde mich nicht mehr um die ich bin also ich bin es ist es Die Hauptpreise sind nicht gestiegen, aber das wäre jetzt auf jeden Fall gut. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Okay. Wollte ich sagen, schauen wir jetzt mal, dass wir wieder zurück zum Ruffahren. Wollte ich mal gerade hier an und guck mal, wo wir genau sind. Weil ich es irgendwie gerade nicht so ganz auf dem Schirm habe. Wo wir uns befinden. Ach, hier sind Preise gestiegen für Raps und Zuckerrüben. Okay, Raps ist am meisten Geld bei der Transportfirma. Da werden wir jetzt gleich mal... Scheiße, ey, wir müssen nicht... Ach, hier sind wir ganz hinten. Okay. Ah, das geht aber noch. Müssen wir es hier rein. Und dann geht es hier gerade aus. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo wir da sind. Da unten ist auch schon der Hof. Gucken wir mal gerade da hinten. Da sind wir schon ein bisschen was gewachsen bei dem Feld. Was war in der... ...sechsten Folge, glaube ich, war das? Da hatten wir das... ...gesät. Biegen wir mal gerade hier ab und gucken mal. Das sieht ja schon ganz gut aus. Aber hier ist irgendwas anderes gewachsen. Das ist Mais. Naja, das ist dann egal, denn... ...tun das dann... ...wenn wir das abgeerntet haben, einfach mit abkrobbern und fertig. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich stelle den jetzt erstmal wieder... ...schnell hier in die Scheune. Okay, so, dann schnell in den Trecker. Und die Transportfirma, die ist, glaube ich, ganz oben. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, das machen wir jetzt. Müssen wir erstmal zu dem... ...zum Rapslager, genau. Genau, und dann zur Transportfirma. 187. Ja. Und hier müssen wir hin, glaube ich. Rapslager. So, wie viel haben wir jetzt noch im Lager? Ah, das lassen wir drin. Das ist dann nicht so schlimm. Also ich hoffe, dass der Preis sich jetzt nicht ändert. Aber nur da fahren wir jetzt am besten. Hier hoch. Dann erstmal geradeaus. Ah, hinten ist der Leuchtturm. Dann lassen wir nämlich den Rest im Tank, weil... ...303 Liter bringt nichts. Wir haben ja... ...das eine Feld, was wir da gesät haben. Was da am Wachsen ist. Da ist auch Raps drauf. Dann kommt das dann auch mit in den Tank. So, und dann hier. Hier lang. Oh, jetzt geht der Preis wieder runter. Aber er ist trotzdem bei der Transportfirma ganz gut. 1174. Ja, fahren wir hin. Das bringt ja jetzt nichts. Aber das ist ja so eine Tendenz. Das kann auch sein. Weil ich glaube, das war da ja eben auch. Nein, ist egal. Ich liefer es jetzt ab. Das ist ein ganz guter Preis. Ah, hier kommt er fast nicht in den Berg hoch. So, da hinten ist die Transportfirma. So, da hinten ist die Transportfirma. Also, hier sind wir. Also, hier sind wir. Gut, 13.653 Euro haben wir. Das ist ganz gut. Und Weizen können wir direkt auch abholen in der nächsten Folge. Ähm, da fahren wir dann zur Windmühle. Ähm, da fahren wir dann zur Windmühle. Da wird am besten geboten. Die Windmühle ist auch gar nicht ganz so weit weg vom Feld. Das kriegen wir hin. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann. Macht's gut und tschüss. Die Windmühle ist ein gothic. Wir haben immer noch ein Gericht und hat auch wieder quota involvotiert. Das ist ein guter November.